Kapitel 23 Erläuterungen endzeitlicher Abläufe In den vorangegangenen Kapiteln wurden einige Aussagen gemacht, die an der Bibel noch nicht belegt worden sind. Die soll jetzt nachgeholt werden. Beginnen wir mit Richter 9 und den dort beschriebenen Ereignissen. Denn die Geschichte von Gal hilft uns, den Beginn des Konfliktes zwischen dem König des Südens und dem König des Nordens besser zu verstehen. Hierzu ist es unbedingt notwendig, Richter 9 genauestens zu lesen. Dort steht, Da redeten die Brüder seiner Mutter von ihm alle diese Worte vor den Ohren aller Männer zu sichern. Und ihr Herz neigte sich Abimelech nach, denn sie gedachten, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm siebzig Silberlinge aus dem Haus Baal-Beritz. Und Abimelech stinkte damit lose, leichtfertige Männer, die ihm nachfolgten. Und er kam in seines Vaters Haus gen Ofra und erwürgte seine Brüder, die Kinder Jerubals, siebzig Mann auf einem Stein. Es blieb aber übrig Jotham, der jüngste Sohn Jerubals, denn er war versteckt. Und es versammelten sich alle Männer von Sichem und das ganze Haus Milo, gingen hin und machten Abimelech zum König bei der hohen Eiche, die zu Sichem steht. Weiter in Vers 22 Als nun Abimelech drei Jahre über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Willen zwischen Abimelech und den Männern zu Sichem. Und die Männer zu Sichem wurden Abimelech untreu, auf das der Frevel an den siebzig Söhnen Jerubals begangen, und ihr Blut käme auf Abimelech, ihren Bruder, der sie erwürgt hatte, und auf die Männer zu Sichem, die ihm seine Hand dazu gestärkt hatten, dass er seine Brüder erwürgte. Und die Männer zu Sichem stellten einen Hinterhalt auf den Spitzen der Berge und beraubten alle, die auf der Straße zu ihnen wandelten. Und es ward Abimelech angesagt. Es kam aber Gal, der Sohn Ebetz, und seine Brüder, und zogen zu Sichem ein. Und die Männer zu Sichem verließen sich auf ihn und zogen heraus aufs Feld und lasen ab ihre Weinberge und kälterten und machten einen Tanz und gingen in ihres Gottes Haus und aßen und tranken und fluchten dem Abimelech. Und Gal, der Sohn Ebetz, sprach, Wer ist Abimelech und was ist Sichem, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht Jerubals Sohn und hat Sebul, seinen Knecht, hergesetzt? Dienet den Leuten Hemors des Vaters Sichems. Warum sollten wir jenen dienen? Wollte Gott, dass Volk wäre unter meiner Hand, dass ich Abimelech vertriebe? Und es ward Abimelech gesagt, Meere dein Heer und zieh aus. Denn Sebul, der Oberste in der Stadt, da er die Worte Gals des Sohnes Ebetz hörte, ergrimmte er in seinem Zorn und sandte Botschaft zu Abimelech heimlich und ließ ihm sagen, Siehe, Gal, der Sohn Ebetz, und seine Brüder sind gegen Sichem gekommen und machen dir die Stadt aufrührerisch. Abimelech, so mache dich nun auf bei der Nacht, du und dein Volk, das bei dir ist, und mache einen Hinterhalt auf sie im Felde. Und des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, so mache dich früh auf und überfalle die Stadt. Und wo er und das Volk, das bei ihm ist, zu dir hinauszieht, so tue mit ihm, wie es deine Hand findet. Abimelech stand auf bei der Nacht und alles Volk, das bei ihm war, und hielt auf Sichem mit vier Haufen. Und Gal, der Sohn Ebetz, zog heraus und trat vor die Tür an der Stadt Thor. Aber Abimelech machte sich auf aus dem Hinterhalt samt dem Volk, das mit ihm war. Da nun Gal das Volk sah, sprach er zu Sebul, Siehe, da kommt ein Volk von der Höhe des Gebirges hernieder. Sebul aber sprach zu ihm, Du siehst die Schatten der Berge für Leute an. Gal redete noch mehr und sprach, Siehe, ein Volk kommt der Nieder aus der Mitte des Landes und ein Haufe kommt auf dem Weg zur Zaubereiche. Da sprach Sebul zu ihm, Wo ist nun hier dein Maul, das da sagte, Wer ist Abimelech, das wir ihm dienen sollten? Ist das nicht das Volk, das du verachtet hast? Zieh nun aus und streite mit ihm. Gal zog aus vor den Männern zu Sichem her und stritt mit Abimelech. Aber Abimelech jagte ihn, dass er floh vor ihm und fielen viel Erschlagene bis an die Tür des Tors. Und Abimelech blieb zu Aruma. Sebul aber verjagte den Gal und seine Brüder, dass sie zu Sichem nicht durften bleiben. Am Morgen aber ging das Volk heraus aufs Feld. Da das Abimelech ward angesagt, nahm er das Kriegsvolk und teilte es in drei Haufen und machte einen Hinterhalt auf sie im Felde. Als sie nun sahen, dass das Volk aus der Stadt ging, erhob er sich über sie und schlug sie. Abimelech aber und die Haufen, die bei ihm waren, überfielen sie und traten an die Tür des Stadttors und zwei der Haufen überfielen alle, die auf dem Felde waren und schlugen sie. Da stritt Abimelech wieder die Stadt denselben ganzen Tag und gewann sie und er würgte das Volk, das darin war und zerbrach die Stadt und säte Salz darauf. Da das hörten alle Männer des Turms zu Sichem, gingen sie in die Festung des Hauses des Gottes Berit. Da das Abimelech hörte, dass sich alle Männer des Turms zu Sichem versammelt hatten, ging er auf den Berg Salmon mit allem seinem Volk, das bei ihm war und nahm eine Axt in seine Hand und hieb einen Ast von den Bäumen und hob ihn auf und legte ihn auf seine Achsel und sprach zu dem Volk, das mit ihm war, Was ihr gesehen habt, das ich tue, das tut auch ihr eilend wie ich. Da hieb alles Volk ein jeglicher einen Ast ab und folgten Abimelech nach und legten sie an die Festung und steckten es an mit Feuer, dass auch alle Männer des Turms zu Sichem starben, bei tausend Mann und Weib. Abimelech aber zog in Tebets und belagerte es und gewann es. Es war aber ein starker Turm mitten in der Stadt. Auf den flohen alle Männer und Weiber und alle Bürger der Stadt und schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach des Turms. Da kam Abimelech zum Turm und stritt da wieder und nahete sich zur Tür des Turms, dass er ihn mit Feuer verbrennte. Aber ein Weib warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerbrach ihm den Schädel. Da rief Abimelech eilend dem Diener, der seine Waffe trug und sprach zu ihm, Zieh dein Schwert aus und töte mich, dass man nicht von mir sage, ein Weib hat ihn erwürgt. Dadurch stach ihn sein Diener und er starb. Da aber die Israeliten, die mit ihm waren, sahen, dass Abimelech tot war, ging ein jeglicher an seinen Ort. Also bezahlte Gott Abimelech das Übel, das er an seinem Vater getan hatte, da er seine siebzig Brüder erwürgte. Desgleichen alles Übel der Männer Sichems vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf. Und es kam über sie der Fluch Jothams, des Sohnes Serubals. Kapitel 23.1 Gal Wir haben oben gesehen, dass es im Alten Testament Bibelstellen gibt, die Ägypten für die Endzeit noch eine wichtige Rolle zubilligen. Dazu gehört in erster Linie die Bibelstelle in Daniel 11. Dort steht in Vers 40 Dabei ist zu konstatieren, dass sich Daniel 11 auf ältere Bibelstellen beziehen muss, denn der Menschensohn zeigt Daniel das, was zur Zeit Daniels bereits im Buch der Wahrheit niedergeschrieben war. Zum Beispiel steht in Daniel 10, Vers 21 Doch ich will dir anzeigen, was geschrieben ist, also in älteren Texten der Bibel, was gewiss geschehen wird. Nach der neuen evangelistischen Übersetzung heißt der Vers Doch vorher will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Es muss also im Alten Testament Hinweise geben, die Ägyptens Rolle in der Endzeit thematisieren und die zur Zeit Daniels bereits in der Bibel standen. Dazu gehört zum Beispiel Jesaja 7. Dort steht in Vers 17 Aber der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, die nicht gekommen sind, seit der Zeit, da Ephraim von Judah geschieden ist durch den König von Assyrien. Denn zu der Zeit wird der Herr zischen der Fliege am Ende der Wasser in Ägypten und der Biene im Lande Assur. In dieser Bibelstelle in Jesaja 7 werden also Ägypten und Assyrien erwähnt. Beide werden in der Endzeit ins Land Israel einfallen. Aber diese Bibelstelle ist nicht die einzige, die Ägypten für die Endzeit ankündigt. Es gibt weitere Stellen, deren Bedeutung jedoch sehr verborgen ist. Eine dieser Bibelstellen, die älter als Daniel sind und von Ägypten handeln, steht in Richter 9 und wird bei dem ein oder anderen vielleicht auf Unverständnis stoßen, weil für deren Deutung im Neuen Testament keine Belegstelle vorhanden ist. Die Beschäftigung mit Richter 9 und hier insbesondere mit Gal führt aber in unserem Zusammenhang zu einem gänzlich neuen und erweiterten Verständnis endzeitlicher Abläufe. Wenn wir uns mit Gal beschäftigen und seine Bedeutung verstehen wollen, müssen wir uns auf die Texte beziehen, die wir bereits oben angesprochen haben und uns eng an diese halten. Denn eine Deutung von Gal ist nur in diesem eng gesteckten Rahmen möglich, weil weder das Alte noch das Neue Testament eine Deutung für Gal und seine Rolle in der Endzeit enthält, von der wir ausgehen könnten. Wir bewegen uns hier also am absoluten Rand dessen, was wir aus der Bibel herauslesen und deuten bzw. auslegen dürfen und können. Obwohl ich mich hiermit durchaus angreifbar mache, zeige ich diese meine Deutung hier dennoch, weil sie meines Erachtens zur Vervollständigung des prophetischen Bildes der Endzeit unbedingt notwendig ist und erstaunliche Ergebnisse zeitigt. Kapitel 23.2 Herrscherpaare in der Bibel Richter 9 behandelt Abimelech und Sebul, die ebenfalls eines dieser unseligen Paare darstellen, die wir oben schon behandelt haben und die bereits tief im Alten Testament Vorbilder für den endzeitlichen Antichristen und seinen falschen Propheten sind. Es folgen einige Informationen zu einer Auswahl dieser paarweisen Herrscherfiguren im Alten Testament. Kapitel 23.2.1 Seba und Zalmuna Seba und Zalmuna waren laut www.bibelwissenschaft.de zwei Midianiter-Könige. Sie werden in Richter 8 beschrieben. Seba bedeutet Schlachtopfer oder Schlechter und Zalmuna bedeutet Schatten ist versagt oder Zalm hat abgewehrt. Zalm ist eine arabische Gottheit. Die Midianiter waren in der Bibel ein kriegerischer Stamm von Wüstennomaden in der Zeit um 1200 bis 1000 vor Christus. Das Land Midian wird in der Bibel südöstlich von Palästina nur ungefähr in der gebirgigen Wüste lokalisiert. Deshalb bleibt deren exakte Lage und Ausdehnung ungewiss. Kapitel 23.2.2 Sihon und Ok Sihon war ein Amoriter-König. Sein Name bedeutet Kehricht oder Wegfägend. Und Ok, ebenfalls ein Amoriter-König, dessen Name Er war gekrümmt bedeutet. Wikipedia schreibt zu Sihon Sihon war ein in den fünf Büchern Mose genannter Amoriter-König in Hesbon, an den die Israeliten bei ihrer Ankunft im Ost-Joran-Land Boten sandten mit der Bitte, durch sein Land ziehen zu dürfen. Sihon verweigerte den Durchzug und rückte ihnen mit seiner Streitmacht entgegen. Er wurde jedoch bei Yaza von den Israeliten geschlagen. Israel nahm sein Land vom Anon bis zum Jabbok in Besitz und siedelte sich in den Städten an. Das Land des Sihons wurde Ruben und Gad zugeteilt. Das Gebiet Rubens und Gads lag in Transjordanien und ist Teil des Gebiets der späteren Dekapolis. Wikipedia schreibt zu Ok Ok war ein in den fünf Büchern Mose genannter Amoriter-König in Bashan, an den die Israeliten bei ihrer Ankunft im Ost-Joran-Land Boten sandten mit der Bitte, durch sein Land ziehen zu dürfen. Ok verweigerte den Durchzug und zog ihnen mit seinem ganzen Volk zum Kampf entgegen. Er wurde jedoch bei Edrei, das heutige Dara in Syrien, von den Israeliten geschlagen. Die Israeliten nahmen die Städte der Hochebene, ganz Gilead und den ganzen Bashan bis nach Salka und Edrei ein. Das Gebiet wurde dem halben Stamm Manasse zugeteilt. In der Bibel, in 5. Mose 3, Vers 11, wird Ok als der letzte der Riesen bezeichnet. Sein eisernes Bett war neun Ellen lang und vier Ellen breit. Sihon und Ok sind alttestamentliche Vorbilder des Antichristen und des falschen Propheten. Ihr Stammesgebiet liegt ebenfalls in der Stelle der späteren Dekapolis bzw. Syriens. Kapitel 23.2.3 Oreb und Seb Oreb und Seb waren laut www.bibelwissenschaft.de zwei Midianiter-Häuptlinge. Oreb bedeutet Rabe und Seb bedeutet Wolf. Kapitel 23.2.4 Jabin und Sisera Jabin und Sisera und deren endzeitliche Bedeutung wurden bereits oben im Detail behandelt. Auch sie sind Vorbilder auf den Antichristen und den falschen Propheten. Kapitel 23.3 Zurück zu Gal Alle die vorgenannten Paare schatten das endzeitlich unselige Paar des Antichristen und seines falschen Propheten schon im Alten Testament voraus. Richter 9 berichtet, wie Abimelech Sishem erobert und dort Sebul als seinen Stadthalter einsetzt. Die ganze Geschichte ist ebenfalls ein prophetisches Bild, wobei Abimelech ein Bild auf den Antichristen und Sebul ein Bild auf den falschen Propheten ist, der in der Endzeit im Auftrag des Antichristen in Jerusalem herrschen wird. Sishem steht dann ganz zwangsläufig als Sinnbild für Jerusalem. In dieser ganzen Geschichte gibt es aber eine Unbekannte. Es gab nämlich noch einen weiteren Besatzer Sishems und das war Gal. Als Sebul nach der Eroberung Sishems durch Abimelech drei Jahre lang Stadthalter in Sishem gewesen war, kam Gal herauf und machte die Bürger Sishems von Abimelech abtrünnig. Richter 9, Vers 26 Es kam aber Gal, der Sohn Ebetz und seine Brüder und zogen zu Sishem ein. Weiter in Vers 28 Und Gal, der Sohn Ebetz, sprach, wer ist Abimelech und was ist Sishem, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht Jerubals Sohn und hat Sebul seinen Knecht hergesetzt? Dienet den Leuten Hemors, des Vaters Sishems. Warum sollten wir jenen dienen? Wollte Gott, das Volk wäre unter meiner Hand, dass ich Abimelech vertriebe? Wer ist dieser Gal? Hierfür gibt es, wie schon mehrfach gesagt, keine neutestamentliche Erklärung. Wir können zwar Abimelech auf den Antichristen und Sebul auf den falschen Propheten deuten, aber für Gal gibt es in den prophetischen Schriften des Alten und des Neuen Testaments keinen eindeutigen Hinweis und keine direkte Zuordnung oder Deutung auf eine Nation oder ein Volk. Deswegen ist die Deutung Gals schwierig und weder von neu noch von alttestamentlichen Parallelstellen gedeckt. Dennoch ist es möglich, eine durchaus unerwartete Bedeutung für Gal zu finden. Hierzu schauen wir uns die endzeitlichen Texte in Daniel und der Offenbarung an. Folgende Personen sind dort für die Endzeit vorhergesagt. Erstens, der König des Nordens, der Antichrist. Zweitens, der falsche Prophet. Und drittens, der König des Südens. In Richter 9 kann Abimelech auf den Antichristen und Sebul auf den falschen Propheten gedeutet werden. Dann bleibt aber die endzeitliche Bedeutung für Gal noch unbeantwortet. Damit besteht die Möglichkeit, in enger Anlehnung an die Endzeitstrukturen Daniels, Jesajas und der Offenbarung, Gal auf den endzeitlichen König des Südens, Ägypten, zu deuten, denn in Daniel 11 wird für die Endzeit ein König aus Ägypten als sogenannter König des Südens, als endzeitlicher Kontrahent des Königs des Nordens gezeichnet und in Jesaja 7 wird Ägypten für die Endzeit erwähnt. Schauen wir uns zunächst die Bedeutung der Namen Abimelechs, Sebuls und Gals an. Abimelech bedeutet, mein Vater ist König. Sebul bedeutet Misthaufen und Gal bedeutet Mistkäfer. Das sind natürlich für moderne europäische Ohren sehr ungewöhnliche Namen, aber in der Bibel haben Namen durchaus eine tiefere Bedeutung und es sieht so aus, als ob der Mistkäfer auf dem Misthaufen hockt, was für die Gottlosigkeit Jerusalems in der Endzeit durchaus bezeichnend sein dürfte. Der Mistkäfer war in der Antike der Skarabeuskäfer und stand im alten Ägypten symbolisch für den Gott Schäfre. Seine Verwendung als Glücksbringer war weit verbreitet. Wikipedia schreibt über den Skarabeus folgendes. Skarabeus, Glückskäfer, sind Abbildungen des heiligen Pillendrehers vor allem als kleine Amulette. Die altägyptische Bezeichnung für den Skarabeus war Schäferer. Je nach hieroglyphischer Schreibung war der Skarabeuskäfer Mistkäfer, der Gott Schäfre, oder auch ein Schmuckstück in Form eines Skarabeus gemeint. Die Bedeutung legt also nicht allein biblisch, sondern auch historisch nahe, dass Gal, also der Skarabeus, für Ägypten steht. Wie gesagt, gibt es hierfür keine eindeutige Belegstelle im Alten oder Neuen Testament. Es wird lediglich vorausgesetzt, dass in der Endzeit, als Kontrahent des Antichristen, Ägypten wieder da sein wird. Das soll bei der Deutung Gals noch einmal ausdrücklich Betonung finden. Die militärische Provokation des Königs des Südens, laut Daniel 11, bestünde somit darin, dass er, in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, Jerusalem für sich gewinnt und in Jerusalem herrscht, obwohl der falsche Prophet dort noch anwesend ist. Sollte das alles so sein, wovon ich fest ausgehe, bekäme die Geschichte in Richter 9 eine ungeahnte Bedeutungstiefe. Es könnte mithin das folgende Szenario für die Endzeit entwickelt werden. Kurz vor Beginn der 70. Jahrwoche kommt im Gebiet der Dekapolis ein politischer Herrscher auf, der falsche Prophet. Er spalte das Nordreich Israels von Judah ab und reißt es an sich. Damaskus geht mit dieser politischen Konstruktion einen Bund für sieben Jahre ein. Daniel 9, Vers 27 Damaskus ist dann politisch noch schwach. Es ist ein kleines Horn, das erst noch mächtig werden wird. Daniel 7, Vers 8 Die Koalition zwischen Syrien und Ephraim steht zunächst unter der Führung Ephraims bzw. des falschen Propheten. Dies gilt für die komplette erste Hälfte der 70. Jahrwoche. Zu Beginn der 70. Jahrwoche greifen Damaskus und Ephraim Jerusalem an und belagern es, können es aber nicht erobern. Jerusalem kommt in dieser Belagerung an einem Tag zur Wiedergeburt. Mit diesem Tag beginnt die 70. Jahrwoche zu laufen. Syrien und Ephraim ziehen dann unverrichteter Dinge wieder ab. In der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche verkündigt der wiedergeborene Überrest in Jerusalem, die beiden Zeugen, genau 1260 Tage lang der Welt das Evangelium Jesu Christi aus Jerusalem. In der Mitte der 70. Jahrwoche und genau nach 1260 Tagen ziehen Syrien und Ephraim erneut gegen Jerusalem, jetzt noch unter der Führung des falschen Propheten. Sie belagern und erobern Jerusalem. Dabei tötet der Antichrist die wiedergeborenen Menschen, die beiden Zeugen, und setzt sich in die Stadt, in den Tempel Gottes, und gibt sich aus, als sei er selbst Gott. Denn bis dahin konnte niemand die beiden Zeugen überwinden. Sie predigten das Evangelium Jesu Christi mit außergewöhnlicher Vollmacht. Aber wenn sie ihr Zeugnis beendet haben, tötet der Antichrist die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, wie in Offenbarung 13 beschrieben. Er sagt dann, seht her, ich habe die beiden Zeugen getötet. Es gibt keinen Jesus Christus und keinen Gott. Ich allein bin Gott. Das meint Paulus in 2. Thessalonischer 2, Vers 4, Der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes, als ein Gott, und gibt sich aus, er sei Gott. Die Zehn Hörner, ein Bild für den falschen Propheten, übertragen dann ihre Macht dem ehemals kleinen Horn, dem Tier aus dem Meer, dem Antichristen, dem König von Damaskus, dem König des Nordens, der jetzt zu seiner vollen politischen Macht herangewachsen ist. Er herrschte dann 42 Monate lang, nämlich in der zweiten Hälfte der Jahrwoche bis zu Christi Wiederkehr. Wie in Offenbarung 13, Vers 5 steht, Und es ward ihm gegeben, ein Mund zu reden, große Dinge und Lästerungen, und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte, 42 Monate lang. Er lässt dann den falschen Propheten in Jerusalem als Stadthalter zurück, der dort für die Anbetung des Antichristen sorgt und ein sprechendes Bild aufstellt. Es beginnt die finsterste Zeit Jerusalems unter der okkulten Herrschaft des falschen Propheten. Jerusalem ist in dieser Zeit gottlos wie Sodom. Davon berichtet Offenbarung 11. Es vergehen fünf Monate, bis Gal, ein ägyptischer Politiker oder König, der König des Südens aus Daniel 11, in die Stadt Jerusalem einzieht. Die gottlosen Israeliten in Jerusalem fallen ihm zu und damit vom Antichristen ab. Jerusalem ist in dieser Zeit gottlos wie Ägypten. Ebenfalls Offenbarung 11. Nach fünf Monaten, in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, hört der Antichrist von Gal und vom Abfall Jerusalems und greift Jerusalem und Gal an. Das steht in Richter 9, Vers 34. Er erobert Jerusalem, besiegt Gal, also den König des Südens, und zieht weiter nach Ägypten, das er ebenfalls erobert. Auch Libyen und Kusch wird er erobern und so wird ihm gelingen, was dem historischen Antiochus IV. Epiphanes versagt blieb. Er herrscht dann über Ägypten. Gegen Ende der 70. Jahrwoche hört der Antichrist während seines Siegeszuges in Nordafrika davon, dass Neo-Assyrien, der heutige Iran-Irak, sein Reich von Norden aus angreift, Damaskus zerstört, Ephraim erobert und sich in Hamageddon lagert. Der Antichrist zieht dann nach Norden, um sich bei Hamageddon dem Assyrer entgegenzustellen, der dort mit einem Heer von 200 Millionen Soldaten auf ihn wartet. Der Antichrist und der Assyrer stehen sich dann in Hamageddon im Kampf gegenüber. Aber die Schlacht findet nicht statt, sondern unerwartet die Entrückung. Die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, werden lebendig und werden mit den Wiedergeborenen, die in der jüdischen Wüste ausgeharrt haben und mit allen Wiedergeborenen weltweit entrückt. Die Auferstehung der beiden Zeugen und deren Entrückung geschieht vor aller Augen. Sie ist so eindrücklich, dass sich die bis dahin gottlosen Nordisraelis und die Menschen in Judah und in Jerusalem, die die Entrückung sehen, zu dem Gott des Himmels bekehren. So sagt der Text in Offenbarung 11, Vers 12 und in Jesaja 17. Dort steht in Vers 7, Zu der Zeit wird sich der Mensch halten zu dem, der ihn gemacht hat und seine Augen werden auf den Heiligen in Israel schauen. Die zu Gott bekehrten Israelis flüchten dann in die vollkommen zerstörte Stadt Jerusalem und verschanzen sich dort. Der Antichrist zieht dann gemeinsam mit den Neo-Asyrern zum letzten Mal gegen Jerusalem, um die dort ausharrenden Israelis zu töten und die Stadt für immer dem Erdboden gleich zu machen. Die in Jerusalem verschanzten Israelis versammeln sich zu einer großen Bußversammlung. Davon berichtet der Prophet Joel. Sie bekehren sich zu dem Gott des Himmels und bitten ihn um Hilfe gegen den heranziehenden Antichristen und die Neo-Asyrer. Der Antichrist und die Neo-Asyrer werden ins Tal Josaphat versammelt, um Jerusalem dem Erdboden gleich zu machen. Aber dann kommt Christus vom Himmel auf den Ölberg herab und befreit seine Stadt, sein Land und die ganze Welt. So steht in Joel 4, Vers 9 folgende Rufet dies aus unter den Heiden. Das sind die Heere des Antichristen und die Völkerschaften, die in seinem Tross sind und Neo-Asyrien. Heiliget einen Streit, erwecket die Starken. Lasset herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute, nämlich nach Jerusalem. Machet aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße. Der Schwache spreche, ich bin stark. Rottet euch und kommt her, alle Heiden um und um und versammelt euch in Jerusalem. Daselbst führe du hernieder deine Starken. Das bedeutet, Christus kommt mit seiner Leibesgemeinde vom Himmel, um Jerusalem zu befreien. Die Heiden, also der Antichrist und die Neo-Asyrer, Ägypten, Syrien, Libyen, Äthiopien und alle Völker ringsumher, werden sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat. Daselbst will ich sitzen, zu richten aller Heiden um und um. Es werden Haufen über Haufen Volk sein im Tal des Urteils. Sonne und Mond werden sich verfinstern und die Sterne werden ihren Schein verhalten. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme lassen hören, dass Himmel und Erde beben wird. Aber der Herr wird seinem Volk eine Zuflucht sein und eine Feste den Kindern Israel und ihr sollt es erfahren, dass ich der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berg wohne. Als dann wird Jerusalem heilig sein und kein Fremder mehr durch sie wandeln. Christus wird dann den Antichristen und den falschen Propheten mit dem Hauch seines Mundes töten und sein Reich aufrichten. Interessant ist bei der ganzen Geschichte, dass Abimelech bei der Belagerung der Stadt Tebets ums Leben kommt. Dort wirft ihm eine Frau einen Mühlstein auf den Kopf. Das ist erneut ein sehr verschlüsseltes Bild für die Endzeit und den Tod des Antichristen. Denn Daniel sagt in Daniel 11 Vers 45, dass er bei der Belagerung des Werten heiligen Bergs ums Leben kommt und niemand ihm helfen wird. Wir können Richter 9 nur deshalb deuten, weil wir die Strukturen der Endzeit an anderer Stelle im Propheten Daniel und in der Offenbarung bereits kennengelernt haben. Das sind die eigentlichen Parallelstellen für Richter 9. Auffällig ist allerdings, dass der Tod von Abimelech, dem Vorbild des Antichristen, bei der Belagerung der Stadt Tebets und nicht in Sichem geschieht. Wenn diese Begebenheit aber ein Bild auf die endzeitlichen Auseinandersetzungen um die Stadt Jerusalem ist, warum spricht Richter 9 dann einmal von Sichem und ein andermal von Tebets? Wenn es sich doch um eine Beschreibung endzeitlicher Ereignisse in Jerusalem handelt, müssten dann in Richter 9 nicht entweder Sichem oder Tebets erwähnt sein und nicht zwei Städte? Das Vorhandensein beider Städte ist keine Unschärfe in der biblischen Erzählung. Es ist vielmehr so, dass in Richter 9 zwei Endzeitereignisse sehr detailliert angedeutet werden. Um das verstehen zu können, brauchen wir aber noch ein paar Details, die wir an anderer Stelle finden werden. Anschließend kommen wir in einem späteren Kapitel noch einmal auf Sichem und Tebets zurück. Wir werden dann sehen, wie außerordentlich exakt und bedeutungstief die biblische Erzählung in Richter 9 ist. Kommen wir noch einmal zurück zur Offenbarung 11. Das Kapitel handelt von den beiden Zeugen. An anderer Stelle wurde bereits festgestellt, dass die beiden Zeugen das Haus David und die Bürger zu Jerusalem sind. Sie sind der wiedergeborene Überrest. Wenn Jerusalem also wiedergeboren wird, dann werden in der Endzeit diese beiden Zeugen, nämlich das Haus David und die Bürger zu Jerusalem in größter Vollmacht das Evangelium Jesu Christi der Welt verkündigen und das in den ersten dreieinhalb Jahren der 70. Jahrwoche. Offenbarung 11, Vers 3 Und Und ich Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie Weissagen 1260 Tage angetan mit Säcken Weiter in Vers 7 Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die wiederheißt geistlich Sodom und Ägypten, da auch ihr Herr gekreuzigt ist. Nach 1260 Tagen wird also das Tier aus dem Abgrund aufsteigen und die beiden Zeugen töten. Dieses Tier ist Damaskus, der Antichrist, der endzeitliche Antiochus Epiphanes. Er war und ist nicht und wird wieder sein. Er ist das Tier, das die tödliche Wunde vom Schwert hatte und in der Endzeit wieder lebendig werden wird. In der Mitte der letzten Jahrwoche wird er die beiden Zeugen töten und sich in den Tempel, nämlich in die Stadt Jerusalem hineinsetzen und sich selbst als Gott ausgeben. Bis dahin konnte niemand die beiden Zeugen töten. Wenn sie jemand schädigen wollte, ging Feuer aus ihrem Mund. Aber wenn ihr Dienst beendet ist und vorher nicht, wird der Antichrist die Frechheit haben, Jerusalem anzugreifen, den wiedergeborenen Überrest des Hauses David und die Bürger Jerusalems umzubringen und sich in Jerusalem als Gott verehren zu lassen. Denn der Antichrist wird bei seinem Sieg über Jerusalem gleichsam sagen, niemand konnte die beiden Zeugen überwinden außer mir. Es gibt keinen Gott außer mir. Hiervon spricht Paulus im zweiten Thessalonischer Brief. Die beiden Zeugen werden dann dreieinhalb Tage, die symbolisch für dreieinhalb Jahre während der zweiten Hälfte der siebzigsten Jahrwoche stehen, tot auf den Gassen der großen Stadt liegen. Jerusalem wird dann vom Antichristen und vom falschen Propheten besetzt und regiert sein. Die Stadt wird dann gottloser sein als jemals zuvor, weil sich dann der hochokulte falsche Prophet in Jerusalem und im ganzen Reich des Antichristen ungehindert ausleben kann. Insofern passt die Beschreibung Sodom sehr gut für die Stadt. Aber was ist der Grund dafür, dass Jerusalem in Offenbarung 11 auch als Ägypten beschrieben wird? Der Grund dafür liegt in der endzeitlichen Rolle, die Ägypten und mithin der Mistkäfer Gal in Jerusalem noch spielen wird. Das kann nur dann nachvollziehbar erklärt werden, wenn wir die Rolle Gals verstehen und dazu brauchen wir Richter 9. Kapitel 23.4 Schlussbemerkung zur Zulässigkeit der Deutung Kommen wir abschließend noch einmal zu meiner anfänglichen Einschränkung zurück, dass Gal im Neuen Testament an keiner Stelle erwähnt und gedeutet wird. Bei der Auslegung von Richter 9 und der Person Abimelechs, Sebuls und Gals haben wir uns ohne Ausnahme in den Grenzen dessen bewegt, was uns die prophetische Schau Daniels, Jesajas und der Offenbarung vorgibt. Die einzige Frage, die sich stellt, ist die, ob wir Gal, wenn doch alle Aussagen in die prophetischen Vorgaben passen müssen, tatsächlich auf den König des Südens deuten dürfen. Da eine solche Deutung sich aber problemlos in die prophetischen Vorgaben der übrigen Teile der Bibel einfügt, bin ich der Überzeugung, dass dies zulässig und erlaubt ist, auch wenn man sich hier natürlich in einer sehr detaillierten Deutung der endzeitlichen Ereignisse bewegt. Nimmt man aber diese Deutung als Arbeitshypothese an, wird verständlich, warum Gott die Geschichte von Abimelech, Sebul und Gal überhaupt in die Bibel aufgenommen hat. Es ist ein Detail endzeitlicher Prophetie, das trotz seiner frühen Datierung innerhalb der Bibel erstaunlich genau das zeichnet, was Daniel, Jesaja und die Offenbarung uns vorgeben und zur Erhellung aller dieser Bibelstellen in unerwarteter Weise beiträgt. Während ich diese Zeilen schreibe, wird mir erneut deutlich, wie unglaublich tief und erstaunlich Gottes Wort ist. Die westliche Welt rechnet überhaupt nicht mehr damit, dass Gott derart nachhaltig in die Weltgeschichte eingreifen wird. Aber die Bibel sagt es deutlich. Dennoch bin ich tatsächlich mehr als überwältigt von diesem Szenario, das die Bibel in immer deutlicheren Linien zeichnet. Szenario, das die